Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nächste Station, Gelben Sande, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante Nächste Station, Rittnitz-Dammgarten, West, Ausstieg in Fahrtrichtung links Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante Nächste Station, Rittnitz-Dammgarten, Ost Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station, Rittnitz-Dammgarten, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station, Rittnitz-Dammgarten, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station, Vellgast, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station, Rittnitz-Dammgarten, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station, Stralsund, Grünhofe, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station, Stralsund, Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten, Anzüge des Nah- und Fernverkehrs Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante Nächste Station, Stralsund, Brügendamm, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station, Vellgast, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station, Rambi, Rügend, Ausstieg in Fahrtrichtung links Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante Nächste Station, Samhems, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station, Bergen, Aufstieg in Fahrtrichtung rechts Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante Nächste Station, Bergen, Aufstieg in Fahrtrichtung rechts Umsteigemöglichkeit in Richtung Lauterbach oder Nächste Station, Litzow, Brügend, Umsteigemöglichkeit in Richtung Ostseebad Bitz Nächste Station, Rambi, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante Nächste Station, Sassnetz Nächste Station, Sassnetz Nächste Station, Rambi, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante Untertitelung des ZDF, 2020